XXX die Taufe emotionslos und seelenruhig zugleich sitzt er da, zusammengeklappt ihm Energies beim Modus. Für die mittlerweile relativ erfahrenen Robotex Hengai und Pachara ist dies leicht zu erkennen. Auch den manuellen Aktivierungsknopf am Osokibitale kennen sie bereits. Hengai drückt ihn, der Micha entfaltet sich. Zwei Kameras mustern ihn sofort, Hengai nimmt das Zepter in die Hand. Ja, töten ist verboten. Hast du deshalb aufgehört? Unser Schicksal war besiegelt. Warum hast du deinen Kollegen ausgeschaltet? Der namenslose Rattertlos, er behält dabei die beiden Kinder im Blick. Warum Implementierung fehlt? Weshalb? Oh, primär Spannung kritisch. Eher zu viele Fragen Verschwendung von Zeit und Energie. Sucht. Erneute Selbstabschaltung. Hengai, außer sich vor Wut will aber unbedingt brauchbare Antworten. Immerhin ist vor wenigen Minuten erst seine Welt zusammengebrochen. Gerade will er den Boot wieder manuell aktivieren als ihm Pachara in den Arm greift. Alle Tränen sind aus ihrem Gesicht verschwunden, Emotionen werden im fernen Osten ungern gezeigt, aber der genaue Beobachter sieht die Traurigkeit in ihren Zügen. So auch Hengai. Er sieht sie fragend an. Bitte lass, Hengai. Ich mach das diesmal, okay? Er nippt und diesmal drückt sie den Knopf. Wieder observiert der Boot seine Umgebung. Examele, was ist deine primäre Aufgabe? Fragt die junge Diplomaten-Tochter. Der Angesprochene fokussiert sich nun auf seine neue Gesprächspartnerin und entgegnet. Examele, Exo, Aufklärungseinheit, Mecha City, IE in selbsttätiger Mission. Kausalspeicherüberlauf, Stapelkonnexion aufgetreten bei Neural-Ehr-Syntax-Feilung. Eigenverantwortliches Handeln anhand Kognitiverfahrung durchgeführt. Individual Parameter haben Primärmission rechnerisch übertönt. Statistisches Rauschen 53 zu 45 Prozent, bei 2 Prozent Toleranz. Observation über Zerstörung gesetzt. Ruhig und bedächtig antwortet Pachara Pachabon. Examele, Exo, du hast richtig gehandelt. Deine Matrix ist korrekt. Einen Moment lang will sie ihn nach seiner Bezeichnung fragen, aber sie überlegt es sich schnell anders. Höchstwahrscheinlich hätte dies die dritte Abschaltung zur Folge. Genau das Gegenteil ist richtig. Es ist an der Zeit in die Offensive zu gehen. Klare Ansagen sind gefragt. Durch dein umsichtiges Handeln wirst du nun befördert. Außerdem wird dir eine Individualbezeichnung verliehen. Des Weiteren wird in Aussicht gestellt ab sofort als freier Mitarbeiter des Regenten dieses Systems, Dr. Leviathan zu Westerburg tätig zu sein. Sie zückt ihren Kommen. Du bekommst nun deine neue Bezeichnung. Deine Mitarbeit verkürzt die Prozedur. Jetzt entscheidet sich vieles. Ein wichtiger Moment steht an. Die Geister der Maschine, lernfähige Subroutinen, KI. Wird er bestätigen? Ansonsten wird's komplizierter. Ein Hack wäre nötig. Wo ist Mikkel wenn man ihn braucht? Äußerlich ruhig fährt also die junge Technikerin fort. Bitte um Übermittlung deiner Zugriffskudis auf meinen Com, Sub, B, 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 U, N, I, C, N, R, P, P, Alpha. Tatsächlich, die Codes trugeln ein, Pachara macht sich ans Werk. Direkt rein in den Kernel, die innerste Schicht des Multitemporals bei Chess ist fällig. Kubernetes-Ad ist best. Die Bezeichnung steht an der ausgewiesenen Adresse, der Uferrede wartet nur noch auf Bestätigung. Pachara sieht sich um. Sie springt zum nächstbesten Busch und bricht einen Zweig aus der Krone. Sie stellt sich vor den namenlosen Blechgesellen, hält den Zweig auf seine rechte Schulter und spricht folgende Worte. Hiermit taufe ich dich auf Exonano, dies ist ab sofort deine Bezeichnung. Sie schickt das Konfigurationspfeil ab, keine sichtbare Regung auf der Zielinstanz. Exonano Boot mit eigenem Kleinstimmgewissen warst du, nun bist du freier Mitarbeiter und Mechatik-Supervisor derer zu Westerburg. Henglei weiß was nun zu tun ist. Mehrere Bots versehen ihren Dienst bei ihm zu Hause. Beim Kauf ist es immer dieselbe Prozedur. Eine simple Signaturübertragung mit den Kontrollparametern. Er schickt sie seiner besten Freundin rüber, diese mit kurz und klatscht sie zusätzlich in die Matrips des Roboters. Prozedur abgeschlossen. Exonano bestätigt dies verbal. Bezeichnung Exonano im Besitz des Hauses zu Westerburg. Lanodus aktiviert. Verarbeite Umgebungseindrücke hin zur Kontrollmatrix. Bestehende Programmierung submodular abgesenkt. Exonano ist bereit für seine neue Aufgabe. Henglei sieht sich auf dem Schlachtfeld um. Er geht zur Abbruchkante. Mehrere hundert Meter fällt der Dersarpe-Kanon hier in die Tiefe. Irgendwo da unten, unmöglich zu erkennen liegt auch er, dieser feine Mitstreiter und Lebensretter seiner besten Freundin in einer Person. Durch seinen Tod hat er sie gerettet. Solange Henglei lebt wird er ihm dafür dankbar sein. Weit hinten, unversehrt, stehen auch sie die flinken alteren Fehlers. Zeit zu verschwinden. Die Gefahr ist akut, mehr noch sie wächst mit jedem Augenblick. Jetzt erstmal zurück zum Rocktar und dann muss er gefunden werden. Der Plan zur Ausschaltung dieser Geheinfabrik namens Machines City. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017